Horstblocks.de ist ein herausragender Minecraft-Server, der eine beeindruckende Gemeinschaft von äußerst freundlichen und engagierten Spielern beherbergt. Der neu eingeführte Spielmodus Hardcore Farmwelt ist ein wahres Juwel, das das Spielerlebnis auf eine ganz neue Ebene hebt. Die Gemeinschaft von Horstblocks. Der zeichnet sich durch ihre Herzlichkeit und Hilfsbereitschaft aus. Die Spielers sind nicht nur virtuelle Nachbarn, sondern echte Freunde, die Stats bereit sind, sich gegenseitig zu unterstützen. Die positive Atmosphäre auf dem Server schafft eine einladende Umgebung, in der sich Spieler jeden Alters wohlfühlen können. Der Hardcore-Farmwelt-Modus bringt frischen Wind in die Minecraft-Erfahrung auf Horstblocks.de. Hier können die Spieler ihre Fähigkeiten und Kreativität unter Beweis stellen, während sie sich durch eine herausfordernde Umgebung kämpfen. Die Vielzahl von Funktionen, die dieser Modus bietet, sorgt für ein intensives Spielerlebnis und lässt die Spieler in eine faszinierende Welt eintauchen. Neben der freundlichen Gemeinschaft und dem aufregenden Spielmodus, bietet Horstblocks.de eine beeindruckende Auswahl an Funktionen, die das Spielerlebnis noch weiter verbessern. Von maßgeschneiderten Plugins bis hin zu speziellen Events gibt es immer etwas Neues zu entdecken und zu erleben. Insgesamt ist Horstblocks.de ein Ort, der nicht nur durch seine technischen Aspekte besticht, sondern vor allem durch die Menschen, die ihn mit Leben füllen. Dieser Server ist mehr als nur ein Ort zum Spielen. Er ist eine virtuelle Heimat für Gleichgesinnte, die ihre Leidenschaft für Minecraft teilen und gemeinsam unvergessliche Abenteuer erleben. Wenn du nach einem Ort suchst, an dem Spaß, Kreativität und Freundschaft im Vordergrund stehen, dann ist Horstblocks.de definitiv die richtige Wahl. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk,